so ja damit herzlich willkommen zurück zu let's play gta online und wir starten uns heute nach dem pericor heißt geht heute weiter mit den normalen heißt die alten die man ja so kennt nur heute mal in der neuen besetzung mit dir marcus geht es dann heute in den fliegerfall ok er spricht nicht mit mir doch ich spreche mit dir starte nur kz meine aufnahmen also okay ich bin schon mitten drin so ich starte das ding heute mal jetzt mal munition für alle kaufen schwerste panzerung wird den auf schwer starten ich würde den auf schwer starten da gibt es mehr geld und alles drum und dran meine kuhmitglieder von den kuhmitgliedern so die anderen beiden machen parallel noch was anderes die haben wir dann wieder vielleicht schon in der nächsten folge ich denke dass ich den sogar tatsächlich komplett in eine folge packe hier jetzt geht das schon wieder dort wäre so ewig es stimmt dass mit dem acht mit der einladen funktioniert ja nicht mehr weiß ich nicht ja dauert wieder so ein bisschen jetzt ja immer wird das schnell an baby braucht den kann ja perfekt die ist du bist schon dabei ja perfekt perfekt gut dann geht es heute los ich habe das ding auch schwer gestartet muss auch ich habe vergessen dass du jedoch vielleicht waffen kauft willst oder so ja egal ich habe noch genug munition okay dann moment zu erinnern ich mich nicht mehr nicht gut gut ich bin ganz gut ich bin ganz gut ich bin ganz gut ich bin ganz gut wie ein bourgeist bank robber verbreitender mir ist wie verrückt los santos hat sich in meinem Tag die psychos im Moment hatte die dignität zu sein psychotisch in unsere Zeit ist alles um zu verbreitern und zu gehen direkt all right ready denn weil dies ist es Nein, es ist nicht es, aber es ist etwas, es ist etwas sehr groß, und noch nicht ganz bereit, aber ich wollte sehen, wie du machst. Was ich habe, ist eine Flisa Bank-Franchise. Es ist nichts zu kompliziert, es gibt keine Verkaufung. Normalerweise, es gibt ein Verkaufung. Du hast du Geld in der Front, wir haben den Job, und du hast es weggebracht, aber in dieser Zeit, ich, äh, bekomme die Aufmerksamkeit. Das ist ein Verkaufung. Ich heiße es, äh, der Preis zu sehen. Und es gibt kein Risiko für dich. Unless, natürlich, du denkst, äh, zu sein, äh, zu sein, oder zu sein. Also, bist du bereit? Und was du denkst? Hast du, äh, Fragen, Kommentare, Fragen? Alles klar, was du warten? Wir gehen, wir sehen uns diesen Ort. Gut. Na, brauch wieder einen Moment, bis er hier was hat. Na, ich bin noch ein Video. Ja, ich bin durch. Ah, stimmt ja, wir müssen ja mit dem seiner Mühe, seiner Möhre fahren. Willst du fahren, soll ich fahren? Ich fahre schon. Entschuldigung, letzter Zeit wollte ich nicht anrennen. … Ich gehe gerade mal mit einer Ego-Perspektive. Das Weihnachts-Outfit habe ich schon wieder abgelegt, ist ja vorbei jetzt. Ja, klar. Ist ja mitten im Januar. Ich mag dieses Schild hier mit dem Typen, der da runter hängt. Ja, ja. Wie im richtigen Leben. Rettungsgasse einfach mal nicht fahren. Und die Bonds in der Box sind mehr als ein paar rumpelte Noten von Attil. Also die Miner-Espalation ist wert, wenn du es so anhalten kannst. Plus, du weißt, die See-View. Nichts wie man schaust auf den Ozean, während man Geld, Macht, Incarceration, Homicide. Ja, all diese Quade-Issues, die sich in der ersten Foray in eine sehr schwierige Armdrobberie betrifft. Was für ein Vergleich. Gestern Abend Formel 1, heute dieses Auto. Ja, hab ich auch gesehen. Aber der will, woher der denn hin? Der würde man wahrscheinlich ein Glitch in der Matrix, wie man so schön sagt. Ja, ja. Das ist auch etwas, was ich sehr feiere an der Mission. Wir fahren extra her, damit wir uns dann auf seinem Handy angucken können, wie die Bank aussieht. Ja, wahrscheinlich kriegt er ja die Verbindung, wenn er direkt vor dem Ding steht. Darum geht's wahrscheinlich. So. Dann haben wir uns die Bank jetzt mal angeguckt. Oh, ich darf da fecken. Ja, okay. Dann krieg ich auch ein bisschen was zu tun. Kannst du das, kriegst du das hin, oder? Ich tue immer was ist es. Erstes durch. Ist wichtig dann nachher für den Überfall, dass du das fixst. Ja, ich kenne das schon. Ich kenne die Paige, sie ist meine Unterstützung. Erst wird sie uns was wir brauchen, dann wird sie mich in halb. Nein? Nicht so, wie das? Du machst es nicht einfach. Ist durch. Jetzt fahre ich vom Hacken. Jo. Alles ohne Fehler. Also ich muss nicht normal sitzen. Ja, wer früher bei Snake gut war, kann das Hacken verbrauchen. Ich habe tatsächlich auch die vier Snake gespielt, ja, früher. Ja, gut, ich habe die Dinge aber auch schon ein paar Mal gespielt, die heißen und alles tun. Und dann habe ich feiert die halt einfach immer noch. Ich finde die immer noch interessanter als Imperico, heißt die wir ja davor durchgezogen haben. Ja, da habe ich einfach nur Müll. Ja, nein, es ging eigentlich. Es hat schon irgendwo... Es gibt auch viele Videos auf YouTube, die sich über den Überfall lustig machen. Okay. Aber ich habe es nochmal tatsächlich, weil ich die Videos ja auch in der GTA-Gruppe poste, so ein bisschen eine Kleine-Kommission auf dem Thema für GTA. Und ja, hast du gerade aus dem Auto rausgeglitscht? Kann sein, ja. Oh nein, ich muss fahren. Wenn du nicht willst, du kannst auch noch umschauen. Nein, ach, alles gut, kann ich. Ich nehme nur nochmal die Ego-Perspektive raus. Die ist beim Fahren immer ein bisschen schwierig. Nein, ist ja kein Problem, ich kann ja fahren. Nein, 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 nein. Wird es jetzt gut, dass du noch hier? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das sind Professionals. Sollte ich zu hören. Die sind die professionelle Schwerke. Und ich bin so, die wichtigsten Professionals, die Geld verdienen. Ich denke mir das wie ein neues Talent. Und bis wir und ich anfangen, wenn du mit Bonny und Clyde spielen, beginnst, das ist das so, wie es ist. Ich nehme mir jetzt. Das ist gut, dass wir den Kido. So, da sind wir. Vorbereitung bestanden und dabei war es nur der erste Teil. Ha, ich meine, selbst was schwer ist, diese Mission wirklich nicht so schwer. Mit dem richtigen Auto funktioniert das natürlich nicht. Und zurück. Hm? Du fährst hin und zurück. Nee, das meine ich nicht. Am Ende halt noch. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Willst du fahren oder willst du bohren? Ja. Du hast ja nicht gesagt, wo ist, ob ich wahre oder bohre, wie du das möchtest. Du sagst, du möchtest ja über den Fahrer machen, bohre ich. Ja, dann mache ich Fahrer. Obwohl das mich fahren. Komm. Dann mache ich den Fahrer. Machst du einen Bohrer. Wenn du dir sicher bist. Ja, ja. Klar, ist kein Problem. Du meinst am Ende den oder was? Ja. Ja. Ja, ja. Dann lass mich fahren am Ende. Ich glaub, man muss mich auf einem Motorrad machen. Das war doch nicht so. Ja. 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 haben die lieblingsmission oder eine meiner lieblingsvision aber nicht so kräftig persönlich aber wenn ich auf fotos dass mir so anguckt ist ja schon der beste zweiter mal gesehen na gut roma dann fahrt hat er tatsächlich auch noch ein kurum ich könnte machen jetzt richtig ich war da rein wie schießt die typen aus dem auto weg ich weiß ja ich würde ich sagen ja kann wir machen was soll ich jetzt starte kauft hast du alles warte 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 diesmal wurde ich warten so jetzt kannst du starten ja auch schwer kleidungsstil was haben wir denn hier schönes freizeit man dann hast ja aber da das ist immer gut krummer gepanzert passt ich denke mit dem auto machst du bei dem überfall nichts falsch wo steht er denn hier oben auf der ecke nun keine team lebende aufpassen dürfte eigentlich gehen wir mal im auto sitzen sein das war ja es ist mal wieder lustig finde es immer geil dass die fußgänger sehen dass man mit der waffe auf einen zieht in diesem auto hier mit den scheiben das auto das eko-perspektive so geil zu fahren das ist aber der fall ist ja ja gut da geht man nicht noch mal ich habe vorfahrt oder willst du hier rüber zu sniper Nö, nö, lass uns hochfahren. War der Plan. Ich denke, du wirst die nicht schaffen, den unbeschädigt abzuliefern. Alter, schlucken die. Ja, ist die Mission schon schwer, ne? Wie steht denn der? So, leider hat der Headshot gekriegt von mir. Nächste. So, einer müsste doch irgendwann im Roten stehen. Da hinten steht der. Zwei Stück sind da. Ja, alles gut. Steig um. Ich lass dich vorfahren. Du hättest auch die Rampe gegenüber nehmen können. Die sind immer so ein paar mehr gewesen als die zwei. Ja. 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 Du solltest, glaube ich, ohne größere Rolle mehr rauskommen aus der Situation. Ich bin schon auf dem Weg. Ich seh dich. Ich weiß, bin hinter dir gewesen. Ich seh dich. Das ist aber die schnellste und sichtbarste Methode, da mit dem Kuruma rein zu fliegen. Rein zu fliegen? Ja. Hast du gesehen? Was? Das ist auch ein geiles Autos, der macht Laune. Das ist eigentlich mein Lieblingsautos. Das ist mein Lieblingsautos mit einem Auto mit einem Überfall. Überfallen. Ist ja ein alter Evo. Ja. So. Gebe Moin oder so. Oder 8er. Ein Kollege hat einen 7er gefahren. Rechtslenker. Dann war es ein Import. Ja. Die kriegst du auch noch als Importwagen. Genauso wie die Skyline. Also die GTA. So. Gut. Dann haben wir den nächsten Teil. Ich war das bis letzter Anruf. Hallo. Hehehehe. Wee. Hehehe. 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 Ich habe noch keine Nachricht bekommen von dem Ollen. Nur eine andere Einladung. Dauert jetzt noch so einen kleinen Moment, bis das hier weitergeht. Aua. Boah, der hat aber gut getroffen. Ich habe dich aber genau in den Birkenpfeiler gedrückt. Warte, ich wollte dich ab. Keine Sorge. Bist du? Da. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Komm Nester, du kannst mir jetzt auch mal... Eine Nachricht da lassen. Oder muss ich nicht, muss ich jetzt erwarten. Ich muss erwarten, bis er schickt, ne? Glaubt schon. Ist lange her. Ja, ich glaube, ob der mich so fahrt, muss bisher was schickt. Harte, heute steht ja schon im Kopf, freundet sich. Und ich fahr jetzt mal hoch in den Apartment, aber... Ich müsste... Müsste ja was schicken. Müsste ja was schicken. Komm Nester. Ohne Nester, Backe. Und eine zweite. Ja, natürlich. Ich muss jetzt mal an das Fahrzeug rüberführen. Was nehmen wir denn hier? Das wäre ein gutes Stück. Ich will sein gutes Stück nicht wissen. Dann nehmen wir den mit. Ja, nehmen wir den Temper mal raus. Naja, das ist mal eine kleine Garage hier. Den hier gibt es übrigens gerade im Casino zu gewinnen. Total schrecklich. Ach, ich habe den hier, wie gesagt, schon... Ja, vor allem den kann ich mir kostenlos kaufen, so oft ich will. Wie oft hast du dieses Fahrrad hier schon benutzt? Bitte was? Das ist Deko, das ist kein Benutzungsgegenstand. Ach, so, ich muss ja... Wahrscheinlich muss ich jetzt hoch. Wann mal, ich gehe mal kurz gucken. Das sind einige Fahrzeuge, wo ich gar nicht mehr weiß, dass ich die habe. So, dann gucken wir mal. Ach hier. Ich glaube, es geht so. Kann ich hier gar nicht los machen jetzt. So, natürlich wieder auf schwer. Was haben wir denn als nächstes? Ach so, okay. Das geht jetzt schon los. Ich will uns nicht schädigen. Vom letzten Raubüberfall. Einladung ist raus. Sag Bescheid, wenn du durch bist, dann kann ich starten. Blick los. Okay. Okay. Es ist vielleicht schade, dass ich nicht mit meinem Kuruma fahren kann. Weil er dann doch ein bisschen mehr Power hat. Und wenn er so mehr Panzerungen hat. Oh, es klingelt. Mensch, wer hat denn dir das blaue Auge verpasst? Hm, ich weiß nicht, was du meinst. Du siehst echt aus wie so ein Kredithai oder so. Ja. Pass auf, sonst schwank ich dir noch eine Versicherung auf. Vergiss es. Versuchungen, neue Risiken. Und das ist dann, wenn du erinnerst, dass dein alter Uncle Lester hier war für dich. Der Mann, du hast es geschafft. Und du fühlst dich ein bisschen schade. Aber du kannst es repressen. Wasch es. Und du kannst es nie sprechen, okay? Okay? Okay. Okay! Die erste Mal. Polizei! Es ist ein zwei Manns score. Einer von dir baut, der sich den Hecht von dir. Der andere geht in die Bank, geht in die Beispiele für die Beispiele. Und dann kommst du da da da, in dieser Fahrrad-Armored-Kar. Und dann kommst du von diesem Ort aus. Und dann, als du clean hast, wenn du kein Hecht hast, kommst du mir in die Beispiele, dann kommst du. Okay. Okay. You know, uh, like I said, it is your first time, so, uh, don't expect too much. There are, uh, wild, insane, mind-blowing orgies in your future! Orgies! But, uh, we all gotta start somewhere. Good luck! Sooo, okay. Ähm. Du musst noch die Rollen ändern, ne? Ja, natürlich. Da haben wir Fahrer. Du gehst auf den Bohrer. Ja. So, pass mal vor. Ah, noch 50-50. Und gut ist. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Ja, let's go. So, jetzt fahren wir mit dem Kuruma zum Kuruma. Na gut. Ah, ich geh davon aus, dass wir so eine Rolle im Wind kriegen. Hm, 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 hm. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. Fahrt überspringen ist nicht möglich. Gut. Bist ja eh gleich da. Ich bin dann nur noch mit er da. Kann ich auch Steige die Kuroma Kann ich nicht mal nehmen? Du musst ja checken, ne? Irgendwas Ja So, die Webprogramm könnt ihr jetzt bei ihm auf dem Kanal sehen Natürlich wie immer verlinkt Und sie werden nicht wissen, dass sie sich attacken Als du durch die Tür steigst, gibt es keine Rückmeldung Na eigentlich, da gibt es keine Rückmeldung denn ich habe viel Arbeit in das und ich werde wirklich, wirklich verletzt mit dir wenn du das nicht verletzt hast Ich würde wahrscheinlich versuchen zu sprechen mit dir für eine Woche und dann spüren nasty rumors hinter deinem Back und vielleicht erst mal eine Life Invader über was ein Creeper du bist Ja Ja Es wäre scherier wenn ich würde dich töten Ja 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 Sie sollten ziemlich enttäuschend sein. Sie gehen beide in. Sie gehen hart. Es gibt vier Sicherheitskameras in dem Feuer. Fahrer, ziehe sie sofort, als du in die Tür wirst. Dann bist du aufgrund der Kontrolle. Driller, wenn du in der Netzwerk bist, kannst du die Tür aufbauen. Gehe zurück in die Sicherheitsdepositie und beginne zu drillen. Gehe die Box, komm raus, geh in das Auto und schaue die Straße. Wie sieht's aus? Ich hab's schon fertig. Du bist schon fertig, okay. Ich hab nur 500 Meter. Wie kommt das? Du solltest das jetzt fertig haben. Ich packe hier direkt vor der Bank. Ja. Das ist, glaub ich, am einfachsten des 2. Dann sind wir nämlich gleich schnell in den Autos. So. Wird freigeschalten? Ja. Ich seh's. Kameras aus, die erste. Du hast die zweite? Ja, ich hab schon alle. Glaube. Na gut. Das war der Mann. Das war der Mann. Das ist okay. vor dem schießen ja ja bin doch schon dabei alles gut die falsche schüchterung ist vorher alles ist gut du bleibst liegen vielleicht ich bin schon bei zwei durch aber ich muss das nicht mal anhalten wegen geholzung was ich habe ja alles im griff so ich bin durch kopf dafür scheiße du rauskommst du hast raus jetzt ja ich sitze ich setze schon mal das auto die ist offen drin die kopf sind jetzt das geringste problem glaube ich schwerste teils jetzt durch der schwerste wird ja zu sein das ding unter dem haken zu passen platzieren über den magneten ja die vor speed macht uns anders da fährt man normalerweise dazwischen durch und nicht mitten rein kommt der marken jetzt ich musste ich musste platzieren unter dem ding und der ist ein bisschen weit rechts geflogen ja das war komisch normalerweise fliegt er mal über die mitte richtig und das war eigentlich der grund warum ich das langsam machen musste weil da die straßensperre noch stand aber egal wir haben es geschafft sauberer schöner zugriff raubüberfall bestanden die frage ist haben wir die volle beute rausgeholt natürlich ja wunderbar ja gut es war uns auch noch eine beute raus war auch sauber schön sauberer stelle abgeschossen unter 25 hat wir haben eine minute zu lang gebraucht aber fahrzeug schaden 6 prozent oder weniger niemand wird erledigt also wir haben die zwei von drei elite herausforderungen gemacht die fünf minuten schaffst du fast gar nicht so wie spielt haben was damit ich weiß und wie lange wir gebraucht haben zehn minuten weniger als ich eigentlich gerechnet hatte ich finde das gute pisswasser hier abgeschlossen dann sind wir tatsächlich etwas schneller durch als ich gedacht habe weil ich war immer bei 35 minuten 45 minuten so dreh rum aber wir haben doch ein bisschen was wir da hinbekommen du scheiß k.i. ja die ist klar da gehen wir ja auch die tübe schnell in meinen laden verschwinden ja hab ich schon gesehen so kommen wir jetzt die anderen beiden dazu ja komm raus nö ich sitze jetzt hier nur kümmer auf meinem zettel nö komm mal raus hier jetzt ah schön warte komm raus so feigling trau dich keine sorge ich mach nix alles gut wirklich ich hab keine waffen ich hab keine waffen und so steht da mitten im raketenwerfer ne ne ich hab nix in der hand ich sitze im auto tatsächlich nur kannst du auf meinem channel sehen ich sitze hier wirklich nur mal bequem im auto kann ich auf deinem channel sehen dann in zwei wochen ja wahrscheinlich komm komm raus ja komm raus trau dich doch nö ich komm jetzt hier grad schön ein so langweilig dann fahr ich halt mein gott na gut ne dann mach ich mal hier zu gerade die aufnahme und ähm sehen wir uns an der nächsten folge wieder und dann sind wir dann hoffentlich auch zu viert endlich tschüss